li hallo hallöle da bin ich wieder euer deuskop und es geht weiter mit the inner world heute nur mal eine ganz kleine runde ist ja schon ein bisschen später als normalerweise ich denke mal so stündchen oder ein halb stündchen können wir auf jeden fall machen dann würde ich eine kleinigkeit essen und dann geht es mit diablo weiter so wie immer ich glaube wir waren gestern stehen geblieben gerade an dem punkt wo wir das gold oder die goldenen tickets bekommen haben von steve oder piet also nicht von denen bekommen aber wir müssten sie bei ihm dann anwenden so rum achte steve der arme steve da kann er nichts dafür ist ja naja es ist nicht lustig ist eigentlich traurig traurig gut geht los genau wir haben die goldenen ausweise wir haben immer noch keinen zucker um den schlüssel zu machen aber das kommt sicherlich irgendwie noch das kann ja nicht allzu schwer sein es muss noch irgendwo kommen gut goldene ausweise wir würden nun gerne die windkapelle besuchen haben sie denn einen goldenen ausweist bitte folgen sie mir ernsthaft ich dachte der dreht jetzt irgendwie durch oder so kriegt irgendwie einen anfall schau dir all die versteinerten asposa an ist das nicht traurig wenn sie versteinerte asposa sagen meinen sie wahrscheinlich die lebensecht wirkenden nachbildungen wenn du lebensechte nachbildung sagst meinst du wahrscheinlich versteinerte asposa laura wenn steve mit der realität nichts zu tun haben will dann ist das eine ganz private entscheidung recht vielen dank moment ihre nasen sie sind alle so wie du gewesen tut mir leid flöten tut mir leid robert ist schon gut ich kannte sie ja nicht oder das glaube ich zumindest also es sind nicht alles flöten sind andere sachen dabei oboen und keine ahnung was das ja wie heißt das saxophon das sieht ja auch wie eine tröte ja es sind schon ein paar andere sachen dabei aber ja alle haben sie nasen instrumente interessant eine leere schale damit kann ich nichts machen kaputt machen das wird nicht klappen okay die blumen reinstellen was damit da was machst du denn hier und wer passt auf den empfang auf jo hallo bernie bernsen keine sorge später gibt es da noch diablo ist jetzt bloß eine kleine runde steve und der typ neben ihm in der schale ist piet sie arbeiten hier kristalle das könnte mein zucker werden kristallzucker kennt ihr diesen ort hier ob ich ihn kenne ich bin hier groß geworden im gegensatz zu dir mein junge ich bin in einem palast aufgewachsen in conroy's palast das war der falsche palast dieser ort hier ja der werden alte erinnerungen wach nicht wahr wisst ihr wofür diese ringe da sind natürlich bis vor 15 jahren habe ich sie regelmäßig poliert also wofür sind sie da das ist egal mittlerweile sind sie vollkommen nutzlos was kann der kegel gar nichts mehr warum nicht weil niemand mehr da ist der weiß was er können sollte wisst ihr wer diese leute sind aber sicher neben dem brunnen steht okario bohe der zweite das oberhaupt der dynastie daneben sollte eigentlich seine frau durea stehen vielleicht ist sie gerade einkaufen gegangen des weiteren sieht ihr tritonus und dahinten stehen viseme septori und molly und ganz unten ist das alte quartett rund um violinus die cime piccolo und sonata klangvoll waren das ihre namen also bitte das sind noch immer ihre namen also der der herrscher der dynastie hat die gleiche nase wie der kleine ist das die familie die hier gelebt hat sie leben noch immer hier naja kommt wohl darauf an wie du das wort leben auslegst die meisten sind auch schon kaputt ich weiß am anfang habe ich noch versucht sie zu reparieren aber es ist seitdem so still hier und fällt dir das lied wieder ein ja ich glaube ich hab's ich erinnere mich an das ganze lied da leuchten die oben auf aufhören oh ja das ist es hör auf zu singen das lied darf nicht mehr gesungen werden ach ist das schön ok kannst du dieses lied noch mal singen na klar doch hör auf zu singen das lied darf nicht mehr gesungen werden oh wie falsch du liegst alter freund es muss gesungen werden diese hallen waren viel zu lange still komm junge wir bringen diese alten mauern zum beben oh jetzt sollte ich mal mitspielen oder was aber vorher möchte ich immer ein bisschen sachen einsammeln kristall splitter laura das ist laura sie ist das erste mädchen das ich jemals getroffen habe conroy hatte eine ganz klare frauenpolitik sie lautete keine frauen gute politik hey laura ablenken brauchte man das hier kannst du ihn noch mal ablenken naja mit den ohrstöpseln müsste es gehen viel glück was bringt das denn hier abzulenken alles klar du darfst mich vollquatschen also die geschichte kekse aha okay was gibt es denn hier so alles zu machen windbrunnen versteinerte kristalle okay ich möchte erstmal die anderen dialogoptionen durchgehen danke laura hey laura was hat dein vater mit der zeichnung gemeint die im empfang hängt ich weiß es nicht es sieht nicht wie irgendeine seiner erfindungen aus aber was wollte er uns damit sagen wenn ich das wüsste würden wir hier nicht dumm rumstehen das war so und hier sind doch alle ausgegraut sehe ich das richtig was glaubst du ist der sinn dieser windkapelle ich glaube sie wurde nur für den windbrunnen gebaut ich habe das gefühl dass es mit diesen flöten nasen einiges auf sich hat das ist komisch es sieht ausgegraut aus aber es kommt trotzdem noch was dieser ort kommt mir bekannt vor das kann nicht sein die pforte wurde seit jahren nicht geöffnet ich frage mich warum diese leute hier einen saal um den windbrunnen gebaut haben ja und warum haben sie alle drum herum gestanden und musik auf ihren nasen gemacht vielleicht waren sie so eine art club der windanbeter ich kenne mich nicht aus mit clubs conroy hat mich mal in einen fanclub gesteckt den er für sich selbst gegründet hat klingt nach ihm ich wusste gar nicht dass ich mit meiner nase türen öffnen kann schon wieder die falsche stimme ich habe so was noch nie gesehen beeindruckt du bist wirklich was besonderes flöten nase ein versteinerte asposa hey er hat genau die gleiche nase wie ich und die gleichen augen wer er wohl war ja wer er wohl war nein er ist viel zu kaputt wenn ich ihn anfasse fällt er noch auseinander der sagen umwobene vierte brunnen er ist genauso versiegt wie die anderen nein mir ist gerade nicht danach mich in den tod zu stürzen sicher all diese versteinerten asposa haben die gleiche nase wie ich ich frage mich was das zu bedeuten hat aber jetzt habe ich weggeklickt all diese versch- ich frage mich was das zu bedeuten hat aber irgendwie habe ich so ein gefühl dass die antwort alles nur noch schlimmer machen würde das kann ich nicht verwenden seltsames gebilde war es das was lauras vater meinte das sieht fast aus wie die skizze im empfang wo ist jetzt los näher angeguckt oder was damit kann man nichts machen ah jetzt muss ich hier wahrscheinlich spielen ruhe und das lässt er nicht zu und deshalb muss man den wahrscheinlich dann ablenken ja ok das macht sinn das macht sinn ähm vorher guck ich mir noch diesen kristall hier an was für schöne kristalle es wäre sehr schade wenn ihnen etwas zustoßen würde damit kann man nichts machen ich glaube nicht ok ja ansonsten ist hier eigentlich glaube ich nichts weiter wir schauen uns nochmal so ein bisschen die dialogoption an damit kann ich nichts machen auch nichts weiter gut dann lenk ihn mal bitte ab in der hoffnung dass wir dann musik spielen können wenn er abgelenkt ist und von seinen keksen labert hey laura ich denke die ganze zeit an laura biaggiotti kannst du ihn nochmal ablenken naja mit den ohrstöpseln müsste es gehen viel glück so und jetzt versuchen wir das nochmal alles klar du darfst mich voll quatschen guter keks bla bla ehrlich aufhören okay ich dachte der wäre jetzt abgelenkt aber er kann natürlich trotzdem noch hören guter keks kann ich mich jetzt rausschleichen ja ah jetzt kann ich den schlüssel machen gehen darum geht es doch dass ich jetzt den schlüssel mache während der abgelenkt ist macht sinn genau und dann kommen wir später nochmal wieder und wenn der nicht dabei ist dann spiele ich die nasen musik so macht das alles sinn ich habe da was gesagt ich drücke immer noch ein bisschen zu viel leider einen kleinen dialog weggedrückt fertig ist der teig jetzt einfach hier so kombinieren ja ok ja ok boah it's magic ja so viel magic dass dabei sogar die schüssel verschwunden ist in den ofen und jetzt müssen wir ein paar käfer beleidigen der ofen ist beladen kochkäfer davon gab es ganz viele in konroys küchen konroy meinte ich darf mir einen als haustier halten aber ich habe mich ständig dran verbrannt man muss etwas bestimmtes zu ihnen sagen damit sie so heiß werden da könnte man eigentlich auch mal durchgehen gucken was dabei passiert hey ihr lieben kochkäfer würdet ihr vielleicht ich meine wenn es keine umstände macht könntet ihr bitte heiß werden war das ein ja ja ich glaube das bringt nicht viel abokalabra ich versuche es mal passwort 1 oh bitte oh bitte geh alle durch erwachet nein hat er nicht hat er nicht hat er jetzt nicht wirklich gesagt oder ihr sollt brennen oh so wird das nichts Avada Kedavra beleidigen Moment was würde konroy sagen du unwürdiger wurm du bist eine schande für alle novizen das ist der grund aus dem dich deine eltern bei mir abgegeben haben das ist der grund aus dem dich niemand liebt und jemals lieben wird schon ein bisschen gemein ja kekse der schlüssel sollte fertig sein wie schlüssel ich wollte kekse komplimente was ist schwarz und glänzt und ist toll richtig ihr es hat geklappt dabei war das noch eine von konroys netteren beleidigungen hm her damit au der ofen ist viel zu heiß jetzt ernsthaft jetzt muss ich abwarten oder was jetzt muss ich das irgendwie abkühlen oder muss ich das einfach nur abwarten ach mit der handpuppe als handschuh als handschuh brenn konroy heiß sieht aus wie das original und riecht nach zimt und du wanderst zurück in meine tasche konroy handpuppe drauf rumgekaut von pfeilen glaube ich abgeschossen oder sonst was dornen drin ähm jetzt verbrannt herrlich aber ob das wieder so ein ding wird also ich fand das ja lustig bei harvys neue augen hat man ja von anfang an als allererstes item hat man diese Wolle diesen Wollknoll gehabt und hat das bis zum ende des spiels durchgezogen mitgehabt immer wieder mal gebraucht und dann ganz zum schluss auch noch mal als finales item gebraucht fand ich ja lustig bei ähm the whispered world gab es diese diese Hose vom Opa die auch von anfang an irgendwie immer wieder aufgetaucht ist durchs ganze spiel über und am ende uns auch wieder gerettet hat Opas Hose und hier ist es anscheinend die konroy handpuppe die uns von anfang ende von anfang bis ende hoffe ich mal wahrscheinlich wieder begleiten wird und am ende irgendwie noch mal rettet das wäre so lustig ich weiß nicht warum die das immer so machen aber das ist jetzt putzig natürlich grünen der arme tut mir leid ey uch uch Schreieren Mensch doch Warum bin ich immer so müde, wenn ich streame? Ich muss mal frühmorgens streamen, aber da guckt ja keiner zu. Habe ich auch keine Zeit. Wer kann denn frühmorgens? Da müsste man das wirklich schon hauptberuflich machen. Ich würde sagen, Laura Biagiotti. Danke, Laura. Das sollte reichen. Vielen Dank, Steve. Das war wirklich sehr uninteressant. Na, jetzt gehen wir wieder raus. Und dann schleichen wir uns wieder her. Ihr wollt zurück? Folgen Sie mir. Mit dem Schlüssel. Oh, das klappt ja tatsächlich. Haha. Jetzt können wir Musik spielen. So. Ja, Laura. Da staunst du. Schau auf meine prächtige Flöte. Sind wir wieder beim Thema. Kinderfreundlicher Stream. Jetzt muss ich mir das auch noch um die aufschreiben, oder was? Die Beine? Schau mir auf die Beine, oder was? Verstehe ich jetzt leider nicht. Sorry. Hä? Wie kriege ich das zweite Ding zum Leuchten? Ach, die Beine. Danke. Danke, jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's. Die Beine zeigen, welchen Ton man spielen soll. Erst den hier. Dann zwei plus vier. Dann die drei. Mensch, du. Wow, schau mal. Deine Nasenmusik hat sie zum Leuchten gemacht. Wäre ich jetzt auch draufgekommen. Mach das nochmal. Ich hab's ja auch gerade gemerkt. Hm, was ist mit den Beinen? Lalalala. Nee, danke. Wauw. Wow. War ich das etwa? Ha, Flötennase, du hast es geschafft! Steve Irkel. War ich das etwa? Murmeln? Was sollen wir denn mit Murmeln? Plotwist, der kleine Detzel war hier und hat die Murmeln versteckt. Chapter 3, The Abandoned Dynasty. Die zurückgelassene Dynastie. Oder verlassene Dynastie. Wird auch funktionieren. Es gibt nur einen Asposa, der sowas bauen kann. Mein Vater muss hier irgendwo sein. Du brauchst keine Angst haben. Was? Er muss hier irgendwo stecken. Ich muss zu ihm. Warte, was soll ich denn ohne dich machen? Nimm das hier. Ein Zettel? Aber was soll ich? Viel Glück! Laura, ich glaube, sie ist zu diesem großen, bedrohlich aussehenden, von wachen, umzingelten Gebäude gerannt. Toll! Okay. Achtung, Flugschneise. Da steht Achtung in großen Holzbuchstaben. Nein. Das Ausrufezeichen verleiht dem Wort irgendwie Würde. Ja. Gut. Kurbelkasten. Flagge. Conroy hat sich tatsächlich seine eigene Flagge erschaffen. Er ist größenwahnsinnig. Ich komme nicht dran. Wo ist die Kurbel? So funktioniert das nicht. Ich brauche also eine Kurbel. Kurbel. Conroy Handpuppe. Lauras Notiz. Schauen wir uns mal an. Da steht drauf, hey, schau mal da drüben. Warum hat Laura mir den Zettel gegeben? Damit kann man nichts machen. Okay. Motorraum. Kaffeekanne. Trichter. Okay. Da ist ein Filter drin. Und er ist bis zum Rand mit Kaffeepulver gefüllt. Da ist nichts drin. Da gehört Kaffee rein. Gut. Also ich brauche heißes Wasser. Geht klar. Bilderreihe. Mal angucken. Es ist ein loses Wachenbild. 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 Ah, das kann ich gleich abmachen. Okay. Er liebte das Bier. Er liebte die Frau. Er liebte auch Arsen. Mechanikerwache. Weiß ich nicht. Arsen? Was sind Arsen? Sind das nicht die irgendwelche... Irgendwelche hier... Wie heißen die? Bei den Wikingern? Diese... Nicht Götter, aber irgendwie so... Sind das nicht so gefallene Krieger? Und dann irgendwie die im Valhalla weiterleben? Oder sowas? Arsen! Ach, Arsen! Arsen! Oh Gott! Oh Gott! Okay. Da hast du mich gekriegt. Gut. Ja. Er liebte das Bier. Er liebte die Frau. Er liebte auch Arsen. Mechanikerwache. Stark wie nie gesehen. Bauchmuskeln wie ein Brett. Sah er nicht den Schacht. Marsch... Was? Marschierwache. 10. Violett. 8. Uh, 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 uh. Sowas muss man doch nicht aufschreiben. Tettel und Stift. Die wichtigste Wache eines Let's Players. Ne, eines Rätsels. Eine... Eines Rätselspielabsolventen. Was auch immer. Let's noch. So, äh, 10 oder ist das I-O? Eine 10, ne? 10. Violett. 8. Er trug Hüte aus Papier. Er ließ sich gern nackt anschauen. Sie schnappten ihn in der Nacht. Rumseewache. Warum reimt sich das Zeug nicht? Wahrscheinlich reimt es sich auf Englisch. Also die Nacht reimt sich zumindest mit der 8. Aber, na ja. Rumstehwache 4. Braun. 8. Wahrscheinlich muss ich auch noch aufschreiben, oder? Also rumstehen. Und das andere war Marschier. und bei dem anderen Mechaniker. Und da war es jetzt interessant, äh, was reimt sich denn auf Arwen? Weil hier reimt sich Schacht auf 8 und Nacht auf 8. Also... Was reimt sich denn auf Arwen? Arwen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Der letzte Teil gehört zum Reim dazu, genau, ne? Arwen 10, ah. Ja. 10. Macht Sinn. Macht Sinn. Äh, dann nehm ich mal das Bild mit. Ich weiß nicht, was ich... Sehr schön. Du löst hier alle meine Rätsel? Ich bin echt nicht drauf gekommen, was sich auf Arwen reimt. 10, ja. Macht schon Sinn. So. Gang. Basinenreihe. Wache. Knie. Kugelförmiges Bauteil. Inbusschlüssel. Der Inbusschlüssel wird garantiert dann die Kurbel sein. Und Klarlack-Eimer. Ich weiß nicht, soll ich hier Klarlack reinkippen? Mal schauen. Hallo, äh, XHSLX. Ich weiß ja nicht mal, was ich damit kaputt machen würde. Das fasse ich lieber nicht an. Kann ich das haben? Nein, das brauche ich noch. Glaube ich. Der hat nicht viel Ahnung, ja? Kann ich den Eimer mit dem Klarlack haben? Nein, das dürfen nur Mechaniker-Wachen benutzen. Und du bist ganz offensichtlich keine. Dafür braucht man eine Klarlack-Ausbildung. Na, Logo bin ich einer. Ich könnte es mir vors Gesicht halten. Haha, seht mich an. Ich bin eine Wache. Welcher Idiot würde denn darauf reinfallen? Äh, Mechaniker-Wache hier, Kumpel. Äh, kann ich mir was von deinen Sachen leihen, Kollege? Hm? Ich lass mich doch nicht verschaukeln. Du bist doch eine der Aussichts-Wachen, die nie was zurückbringen. Nenn mir deine Mechaniker-Wachenkennung. Ja, das ist das. Na, die 10 halt am Ende, oder? Okay. Hey, Moment. Die Kennung hat drei Teile. Klar. Ich wollte gerade den zweiten Teil sagen. Scheiße, wir wissen bloß den dritten Teil. Äh, ich rate jetzt einfach mal und dann gucken wir uns das nochmal genauer an. Ach ja, das ist eine gute. Und der dritte Teil? Also das würde jetzt auf jeden Fall schief gehen. Wir gucken uns das gleich nochmal in Ruhe an. Ich wollte sowieso noch die Dialogoptionen durchgehen. Ja, ich gehe jetzt erstmal in Ruhe die Dialogoptionen durch. Ich weiß ja nicht mal, was ich damit kaputt machen würde. Das fasse ich lieber nicht. Eine Mechaniker-Wache. Hoffentlich entdeckt sie mich nicht. Obwohl... Ah, was er weggedrückt im Moment. Eine Mechaniker... Obwohl das auch dann unwahrscheinlich wäre, wenn sie keinen Bauplan vor der Nase hätte. Ähm, hallo? Wer da? Ja, mal gucken, was es hier Interessantes gibt. Was ist das genau für ein Klarlack? Das ist Lack, der klar ist. Damit muss ich, glaube ich, etwas lackieren? Nein. Könnte auch Augenflüssigkeit für den Basil sein. Bin mir nicht sicher. Hab's noch nicht ausprobiert. Kann ich den haben? Nee, das hat man schon. Das wollte ich doch gar nicht machen. Kleiner, das ist nur für mich Haniker-Wachen. Nur die absolute Elite ist befugt, sich nach jahrelanger Ausbildung mit diesem Werkzeug... Zeug... zu beschäftigen. Kapiert? Außerdem schmeckt das Zeug widerlich. Ich hab mal einen Schluck getrunken und bin seitdem auf zwei meine Ohren taub. Aber ihr hört mich doch, oder nicht? Ja, natürlich. Und eure Ohren funktionieren einwandfrei? Jawohl. Aber wieso glaubt ihr dann... Ach, egal. Wie viele Ohren hat der? Was ist mit eurem Knie? Habt ihr euch verletzt? Was? Ach, das... Alte Wurzelballverletzung. Einer der Jungs von den Marschierwachen hat mich kurz vor dem Tor weggegrätscht. Meine Sehne hat sich aufgerollt wie ein Jojo. Oh. Ja, seitdem ist mein Knie angespannt wie eine Sprungfeder. Mal was draufhauen, dann kickt er das Ding hier irgendwo hin. Könnt ihr mit eurem kaputten Knie dennoch Wurzelball spielen? Klar, aber die lassen mich nicht mehr. Ich trete jetzt so fest zu, dass niemand mehr meine Bälle annehmen kann. Der Letzte hat seinen Fuß verloren. Oh. Das ist aber nichts im Vergleich zu dem Kerl, der es mit einem Kopfball versucht hat. Ups. Hat den Kopf verloren. Habt ihr mit eurem kaputten Knie dennoch... Klar, der Letzte... Oh. Das ist... Was baut ihr hier eigentlich? Das sieht aus wie ein Basile. Findest du? Oh, danke. Ich hab auch schon über einen Namen nachgedacht. Wie findest du? Pompadius Reus. Zu dramatisch? Was ist mit all den anderen Basilen? Das ist schon fast eine ganze Armee. Für die hab ich mir noch keinen Namen überlegt. Aber Conroy wollte sie alle das Bataillon der Zerstörung nennen. Was? Frag mich nicht. Ich find es auch langweilig. Ich meine, wo bleibt da der Subtext? Ja, der Subtext. Hat jeder von diesen Basilen einen versteinernden Blick? Klaro. Wenn ich das Teil erstmal gefunden habe, das man dazu einsetzen muss. Wir müssen ihn aufhalten. Was hast du gesagt? Äh, ich sagte, wir müssen ihm, ähm, was zum Geburtstag kaufen. Schon in Arbeit. Wir Wachen sammeln gerade alle Asp in einem Topf. Ihr wollt Conroy gemeinsam was kaufen? Äh, Anweisung vom Chef. Wer ist euer Chef? Conroy. Kauft mir was. Los. Hinten hängt so eine komische Flagge. Ich hab so eine noch nie gesehen. Was bedeutet sie? Das ist die neue offizielle Fahne der Rechtschaffenheit. Abt Conroy hat sie selbst entworfen. Oh ja, ich erinnere mich. Kunst war ein Hobby von Conroy. Er war sehr kreativ beim Thema Foltermethoden. Oje, oje. Warum gibt es jetzt eine neue Fahne? Asposien hat doch eine sehr hübsche. Die mit dem lächelnden Phosphors drauf. Keine Ahnung. Er meinte irgendwas mit neuer Ära, neuer Fahne. Ich hab nicht zugehört. Okay. Verständlich. Okay. Danke für die Auskunft. Ich helfe doch gern. Der Imbusschlüssel. Kann ich das haben? Macht er wieder diesen Check. Er hat das überspringen. Nein. Und du kein Problem. So, was haben wir noch? Wir haben noch die Basilenreihe und den Gang. Ich bin zu klein. Was soll ich denn schon ausrichten? Hier muss Laura langgelaufen sein. Ich wünschte, ich könnte wie sie über Dächer springen. Aber ich muss meinen Kopf benutzen. Ein Wellensittich. Alarmglocke. Okay, okay. Ich, äh... Oh, interessant. Sehr interessant. Ich gucke mir erstmal jetzt mal das Rätsel genauer an. Da muss ja noch ein weiterer Hinweis sein, oder? Zettel und Stift habe ich zur Hand. Stark wie nie gesehen. Bauchmuskeln wie ein Brett. Sah er nicht den Schacht? Marschierwache 10, Violett 8. Violett Brett. Gesehen 10. Okay. Also Bier ist dann die 4. Also er liebte das Bier. Er liebte die Frau. Au, au. Grau wahrscheinlich. Grau. Grau. Und er liebte auch Arsen dann die 10. Ja, war gar nicht so schwer, oder? Zur Test nochmal beim dritten. Hütte aus Papier. Die 4. Gernackt anschauen, braun, in der Nacht 8. Ja, das rätst du es einfach. Blau? Ja, kann auch blau sein, sehen wir dann. Ich weiß jetzt nicht, welche Farben zur Auswahl stehen. Hauptsache ist, dass er sich auf Frau reimt. Oder Au. Das ist das Wichtige. Sehen wir ja gleich. Oh, die Maske vergessen. Ah. Das ist nur für mich unfäh. Und dann Oh ja, genau, absolut. Und dann merkst du, dass du deine Füße schon wieder am Boden festgetackert hast und dein Wachkollege auch schon nicht mehr da ist und du denkst dir so Hey, ist das Blut an dem Hammer vielleicht von ihm? Äh. Blut geht so schwer aus dem Teppich. Danke für den Tipp. Irgendwie ist es gerade ein bisschen dark geworden. Danke für die Auskunft. Ich helfe doch gern. Ich habe zu viel davon weggedrückt. Ah ja. Äh, Mechaniker wache hier, Kumpel. Kann ich mir was von deinen Sachen leihen, Kollege? Ich lasse mich doch nicht verschaukeln. Du bist doch eine der Aussichtswachen. Nenn mir deine Mechaniker Wachen Kennung. Also vier ist auf jeden Fall klar. Bier vier. Kein Bier vor vier. Logo. Okay. Hey, Moment. Die Kennung hat drei Teile. Klar, ich wollte gerade den zweiten Teil sagen. So, und da hatten wir Frau, grün, violett, blau, gelb, braun, orange, schütteln, blau. Die brau ist blau. Ah ja, das ist eine gute Farbe. Total unterschätzt. Und der dritte Teil? Ja, und Arsen ist dann die zehn. Ach ja? Ha, ist ja witzig. Ich dachte, du wärst tot. Nein. Na dann, bedien dich. Ich bin doch nicht tot. Ich keine Ahnung, wozu das gut ist. Aber zurück bringen. Was habe ich jetzt mitgenommen? Noch nichts, ja? Mechaniker Wache vier blau zehn hier. Kann ich den einmal mit dem Klarlack haben? Von mir aus. Ich habe keine Ahnung, wozu man das braucht. Aber zurück bringen. Ah, ich kann quasi immer nur eins mitnehmen wahrscheinlich. Ich probiere das jetzt einfach mal hier aus. Klar, oder? Lecker Kaffee. Kaffee ist fertig. Kann ich gar nicht zurückbringen. da in den Imbusschlüssel? Gut. Imbusschlüssel. Jetzt kann ich die Flagge mitnehmen. Sehr schön. Kann ich den Schlüssel wieder abbauen? Nein. Ich möchte wirklich den Schlüssel zurückbringen, aber die lassen es nicht zu. Komisch. Naja. Dann halt nicht. Aufs Knie schlagen würde ich ja gerne mal. Das lasse ich ihm. Sonst kann er nicht mehr gehen. Brauche ich wahrscheinlich einen kleinen Hammer oder sowas. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Bestimmt dann bei einer anderen Wache. Stand drauf guck mal da oder so kann ich bestimmt eine Wache verarschen. Garantiert. Wie mit so einem Zettel auf den beiden Seiten steht bitte wenden. Oh hoppla kaputt Oh Hämmerschen. Ich muss Laura finden. So findet man schon ein kleines Hämmerschen. Lol Ich wollte mal gucken was passiert wenn ich den Alarm auslöse. Jetzt hab ich den Hammer. Doktor Robert ist da. Also dann testen wir doch mal die Knie Funktion. Oh das Ausrufezeichen. Was macht man mit dem Ausrufezeichen? Sieht aus wie ein Pulsabdruck. Okay ich verstehe. Ich verstehe. Die hier vorne. Nein. Das wäre doch gemein oder? Oh ein Wellensittich. Na will der Piepmatz ein paar Körner? Für dich immer noch Sgt Piepmatz aber zu Körnern sag ich nicht nein. Kann man dich denn streicheln? Du kannst mich mal an meinem Pürzel kraulen. Was ist denn ein Pürzel? Die Fragen stelle ich hier. Warum hältst du mich von der Arbeit ab? Also wenn ich hier so eine Fußbohr hin mache dann läuft er doch in den Graben runter oder? Was tut ihr denn hier? Eine verdammte Pflicht! Wenn ich diese Deppen nicht in Ordnung halte würden sie einfach stehen bleiben bis naja sie würden einfach stehen bleiben Okay Ist der Job nicht ein bisschen eintönig? Manchmal wird's hier schon ein wenig einsam Nee Junge du hast nicht zufällig einen kleinen Spiegel den du entbehren kannst? Nein Wofür denn? Einen Bimsstein vielleicht? Auch nicht Das ist ein Bimsstein Macht ja nichts Dann putze ich mir heute Abend eben nochmal das Gefieder Okay Was? Ein Spiegel ein Bimsstein Gefieder putzen? Verstehe ich nicht Ist das schon wieder so eine sexuelle Anspielung? Ihr seid ein Wellensittich Was? Super Heißt das ich kann fliegen? Ich meinte nur dass das ein ungewöhnlicher Job für einen Wellensittich ist Ja nicht wahr? Ich habe als grummsittich angefangen Keine schöne Sache Ob meine Kameraden einen nach dem anderen fallen sehen? Wie war der Spruch Mein Schwanz ist der Prügel des Todes Kannst du denn auch ein Lied singen? Ich kann dir den Marsch blasen Ey Nein Ernsthaft besorgt mir eine Trompete und ich beweise es dir Ach unsere alte Marsch Kapelle Sergeant Peep Mutt's Lonely Hearts Club Band Okay Ihr arbeitet für Conroy? Ja Seit zwei Jahren schon und verdammt stolz drauf Warum? Endlich mal einer der für Ordnung sorgt Nicht dieses Wischibaschie Zeug ohne Todesstrafe und mit persönlicher Freiheit und diesem ganzen Friedensgraben Ja Aha Das ist furchtbar Ja Genau Okay Also das ist ein Böser Wellensittich Den können wir wehtun Du arbeitest also gerne für Conroy Keine Frage Wenn die Basilen hier fertig sind Kett Endlich mal Struktur ein Was hat Conroy denn vor Ja Wonach sieht's denn aus Eine Party wird er bestimmt nicht schmeißen Ja Er hasst Partys Oh Sekunde Er will Asposien unterwerfen Er will nur das Beste für die Leute Leider wissen die Leute nicht immer was das Beste für sie ist Ja Aber ich hab schon zu viel verraten Was ist eigentlich mit meinen Körnern Ich hab keine Körner Die Wachen hier stehen unter deinem Kommando Du meinst diese Einheit von hochgeschulten Spezialisten Keine Jungs Jeder hat ein besonderes Talent Zum Beispiel Zum Beispiel die Mechanikereinheit die absolute Elite Ein paar von diesen Teufelskerlen können sich sogar allein die Schnürsenkel zubinden Nein Oh Gott Okay Danke für das Gespräch Oh wirklich sentimental Junge Okay Kann ich die Glocke noch benutzen? Da kann ich jetzt nichts mehr mitnehmen Okay Mal gucken was passiert Achso Okay Dann doch Ähm Brauchst du eine Flagge? Nein Das erinnert mich an all meine alten Piepmatz Kameraden Schlafend unter den Flaggen in ewiger Ruhe Oh Weier Reiß dich zusammen Sie sind ja wieder aufgewacht wenn die Tücher weg waren Verdammter Schlafreflex Aber das ist nun mal unsere Natur Killer und Kanarienvogel Er ist da festgeschraubt Wilden Flitzpiepen wie dir So Zeit zum Schlafen Hey was soll das Was willst du mit dem Tuch Nein Bitte Man kann doch über alles reden Funktioniert Super Ah Jetzt steht er hier so dumm Scheiße Ich müsste ihn quasi erst mal erst mal so laufen lassen dass dass die richtig stehen quasi Ja Nein Es ist für alle besser wenn ich ihn schlafen lasse Ernsthaft Und wie bringe ich die dann zu zu Laufen Ich glaube nicht dass das funktioniert Ja wenn ich das Ding jetzt aber nicht Er ist da festgeschraubt Wie bringe ich dich jetzt dazu weiter zu laufen Wenn die Wache mich sieht wird sie mich einsperren und wenn sie mich einsperrt wird Laura mich umbringen Habe ich mich jetzt hier selbst festgesetzt weil ich zum falschen Zeitpunkt den Stoff drüber gesetzt habe oder was selbst ach du meinst mit der Nase irgendwie Geräusche machen Tatsache Das ist ja unglaublich Was würde ich bloß ohne dich machen Na Boden muss nicht festgeklopft werden scheint mir ziemlich stabil zu sein Wie dann Das war doch jetzt geraten oder So ein bisschen schon ja Ah ich verstehe Das Ausrufezeichen in den in den Lack tunken und dann die Spuren machen So wird es Sinn machen Jetzt habe ich ein Ausrufezeichen mit schwarzer Farbe Da wärst du noch im Brunnen Wo war ich denn im Brunnen Ich bin doch im Brunnen Ich bin doch jetzt gerade im Brunnen Hä? Ich habe wunderschöne Spuren gestempelt Bisschen gemein finde ich was habe ich getan Na ja ein bisschen Mord Ist ja nichts schlimmes bei Stehen geblieben Äh Bist du das auf dem Plakat Dann müsste ich ich verhaften Nein Nein ich wenn ich hier stehe kann ich ja nicht der Typ auf dem Plakat sein oder mein Gehirn tut will will erst mal erst mal die Dialoge hören eine Wache wie jede andere ziemlich groß ziemlich blau und unfassbar dämlich Hallo ich kann nicht reden ich muss mich konzentrieren natürlich ok was machst du da ich guck nur dann ist ja gut aber nichts anfassen und keine Fotos ok das wäre dann wohl ein bisschen zu einfach und das Ding fangen nein zur Labor kommt man nicht nach oben eventuell eine endlos hohe Treppe ich glaube sie führt aus der Höhle raus ah ich verstehe ich habe hier eine Nachricht für dich guck mal da schau mal da drüben schau mal da drüben was soll denn das sein ich erkenne gar nichts da drüben vielleicht sehe ich es ja wenn ich noch ein bisschen hingucke perfekt neu das hätte ich nie von mir gedacht naja dann nehme ich mich wohl besser mal fest ja das sollte ich tun passt du hier so lang auf die eingänge auf klar mache ich doch gern also jetzt ins labor oder erst mal die treppe hoch gucken wir mal was die treppe hoch ist oh scheiße nein ich bin wieder im thronsaal bitte nicht da werden erinnerungen wach da drüben steht meine schlafbank und da hinten ist meine traumecke wenn ich immer gesessen und mir vorgestellt habe dass ich jemand wäre der keine traumecke braucht aber das hier ist neu kann ich laden sieht aus wie Asperosien nur dunkler und ohne leben ich habe ein ungutes gefühl nein nein oh nein ich will nicht wieder hierbleiben ok ganz ruhig wie komme ich hier raus da war ein klicken hinter dem gemälde ich wollte doch noch ins labor man merkt dass dieser thron conroy gehört nochmal setze ich mich da nicht drauf so ein mist ich hoffe ich habe jetzt nichts verpasst in dem labor nur zwei fläschchen sind noch voll conroy's anti schuppenfisch öl und seine k.o. tropfen es werden immer mehr ich muss mich beeilen ich weiß nicht wo ich anfangen soll zu suchen das geräusch kam irgendwie von diesem gemälde aber es ist riesig stacheln hallo funk funk oder wie ich ihn nenne ausgeburt der hölle die sich aus spaß unter meinem kopfkissen versteckt und dessen schnüffeln mich seit frühester kindheit bis in meine albträume verfolgt ich hasse dich ein müllschacht könnte ich ja theoretisch einfach durch den müllschacht rausgehen soll ich es versuchen na klar dann fangen wir eben nochmal von vorne an der schacht mit dem alles begann ok was ist ein modell kann ich nicht mitnehmen ist auch viel zu deprimierend was ist das kann das nicht aus wie ein Kunstwerk oh jetzt hab ich Kunst kaputt gemacht also da ist Koks drin da ist ja Conroys Puderzucker drin mhm Puderzucker ja wenn da wenn da Conroy Party macht ja ain't no party like a Conroy Party nein ich nehm das nicht einfach so mit meinen bloßen Händen Conroy hat mir das öfter gegeben als ich noch klein war er fand es witzig wie aufgedreht ich davon wurde ich hab ewig gebraucht um es mir abzugewöhnen wenn du wirklich Koks wenn du wirklich Koks äh keine Ahnung ernsthaft tja da hast du dein altes Hausmittel Conroy leg mir am Arsch da ist das geil das ist Koks alter das Spiel ist sowas von nicht für Kinder zu gefährlich da draußen und zum Runterspringen zu hoch alter äh hier friss und das meine Damen und Herren war die Geburt von Sonic the Hedgehog Lassen wir ihn ruhen was wir nehmen die Puppe nicht mehr mit lassen wir ihn ruhen oh die Puppe ich wollte die Puppe mitnehmen ok Kronleuchter nein er ist kaputt besser als Armleuchter warum sollte ich das tun ich hab keine Ahnung ich hab wirklich keine Ahnung warum sollte ich das tun ich geh hier einfach nur noch Sachen durch ich ich dachte vielleicht leuchten die dann ein bisschen auf und irgendein Licht weist mir den Weg Fischöl Sprungfeder ich glaube nicht dass das funktioniert warum sollte ich das tun das mach ich nicht ich glaube nicht dass das funktioniert ich glaube nicht Conroys Thron da steht doch was eindeutig viel zu groß für ihn da steht doch irgendwas an der Seite warum kann man das nicht leben nochmal setze ich doch nochmal was an der Handpuppe machen warum sollte ich das tun weiß ich doch nicht schieb ihren Diamant in den Arsch das mach ich nicht geht jetzt doch den Müllschacht runter na klar dann fangen wir eben noch dann halt nicht Modell kann ich nicht mitnehmen ist doch viel zu deprimierend kann ich vielleicht irgendwas an dem Modell machen das könnte Spaß machen bringt aber nein das könnte mit dem Stachel vielleicht das Gemälde irgendwie zerkratzen wo soll ich ihn denn reinstecken in deinen Arsch ich weiß es doch auch nicht da ist mir Fragen das mach ich nicht das war doch jetzt geraten oder ja nein er ist kaputt und ich will ihn nicht wenn ich früher was kaputt gemacht habe hat Conroy mich tagelang im Luftschacht wohnen lassen und was willst du jetzt machen Conroy Puderzucker ein weißer Basil komisch seine Augen sehen plötzlich größer aus ich sag doch das sind Koks Fingerprints suchen das ist hier CSI Robot da stecken wir jetzt entweder einen Nadel oder einen Diamanten rein hallo ich glaube nicht dass sie ist viel zu schmal da passt mein Finger nicht rein oder Stachel was auch immer ich lasse den Stachel lieber stecken damit der Thron offen bleibt okay dann gehe ich hier mal wieder raus und gehe jetzt zu dem Labor ich hatte schon Angst ich komme gar nicht mehr zu dem Labor zurück ach du heiliger ich habe ihn gefunden ist das dein Vater? ja ich glaube er kann mich hören denkst du nicht? naja also das Glas sieht ziemlich dick aus und er wirkt nicht als wenn er überhaupt noch viel mitbekommt äh ich meine keine Sorge er weiß dass ich hier bin oh das ist mies okay komm mit wir finden einen Weg ihn da raus zu holen nein ich bleib hier ich will ihn nicht alleine lassen aber du hast ihn seit Jahren nicht gesehen auf ein paar Momente mehr kommt es doch jetzt auch nicht mehr an und er wird es eh nicht merken also Flötennase hör einfach auf mich zu trösten Entschuldigung ich geh dann mal viel Spaß äh und lass dich nicht töten okay sonst bring ich dich um alles klar na gut dann werd ich mal tschüss wir haben hier den Ausgang wieder oder Fließband Hand Laura Remi Nepo mechanische Hände Bauplan Bauplan Basile Model 347 Loch und Aufzug und Gitter Junge 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 okay gehen wir mal erstmal Dialogoptionen durch sie sieht so traurig aus ich dachte nicht dass ich das mal sagen würde aber wütend gefällt sie mir besser äh ich finde hier ist es eigentlich ein richtig guter Punkt um Pause zu machen da haben wir jetzt so knapp ein Stündchen gemacht das ist okay äh ich esse fix was und dann machen wir mit Diablo weiter weil sonst wird der Bernie Berns noch ganz wütend ja ne und machen wir dann morgen weiter hier ich denke das ist ein guter Punkt wir haben gerade sag ich mal keine offenen Rätsel oder wir wissen wir wissen noch nicht mal was das nächste Rätsel ist wir gucken uns morgen an ne okay also äh wer Bock hat schaut euch später bei Diablo rein ansonsten sehen wir uns morgen wieder ne ciao Leute danke fürs Reitschauen